Nein! Vita, mach doch mal schneller da vorne, ey! Doch, mach schnitt nicht mehr! Unterher, Drain! Nooo! Oh Gott! Was war das denn für'n Hook, der ging erst gegen Vita? Oh, da wird es aber noch nach vorne geboostet, ey! Hallo, ihr Flitzer auf YouTube und überall anders an den Geräten da draußen! Hier ist wieder Marv zockt mit seiner Crew! Dalukat, Grants und wieder Wolf! Und heute machen wir den Flitzer in Speedrunners! Moin Moin Commander! Wir sind vorbei, ey! Nach rechts! Wir kennen die Maps noch nicht, aber Marv... Boah, Marv jumpt ja auf den Kisten rum! Ey, die Map ist aber auch schon wieder... Ja, da jumpt der Flitzer da runter! Ich dachte grad, du hast getauntet, ey! Hätte ich machen können, soweit wie ihr hinten seid, ey! Oh, wieder versucht! Nein, so nicht mal, ey! Wie? Wir verlieren nicht... Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, das ist aber ne kurze Map, oder? Sind wir nicht schon wieder am Start? Ja! Verdammt, es geht runter, ey! Das ist ne sehr kurze Map, okay? Nein, das geht's doch nicht, ey! Aber, dass wir da durch die Stacheln gekommen sind, war richtig Glück, ey! Ja, das war auch, wo ich können! Jetzt hat er ihn! Ja, ey, jetzt, jetzt, jetzt macht doch! Ja, jetzt erwartet schon noch auf mich! Oh, mein Controller ging nicht! Nein, nein, nein! Es ist... Verdammt! Danke! Ja, diesmal nicht! Ich hab die... Ich hab einen wiederbelebt! Mapp war, glaub ich, tot von den Spikes, ey! Nein! Seht man jetzt doch nicht durch die Spikes, oder was? Hey! Hey! Hühnchen! Nein! Nein! Kennt die Map noch nicht! Ist das ne Workshop-Map? Ja! Magma! Wow! Lalalala! Glaub, die Stacheln, die sind ja entgegen! Dex, warte auf mich! Kiss, nein! Alter! No! Ha! Ha! Ausgewichen, ey! Oh! Das steht verrichtet! Nein! Oh! Oh! Kein guter Flakke! Nice! Da ist er wieder! Da ist er wieder! Wie ist das? Da ist er immer noch! Immer noch! Komm schon! Springen! Das gibt's noch nicht! Yes! Ah! Da war ich da! Ja! Oh! Was? Schon wieder bin ich drauf reingefallen! Ja! Wow! Da geht er steil durch die Mitte! Und die Kisten nimmt er trotzdem mit! Oh! Leider geht er! Oh! 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 Okay! Oh! 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 Ah! Der Drill! Der Drill-Strucker! Weggedrillt! Jetzt kommen die Moves von mir. Guck mal, wo der Thun ist! Da denkt man schon, der Thun ist da ganz vorne gespawnt, ey! Guck mal, wo der Hai ist, ey! Oh, 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 oh! Ich komm da nicht mal hoch! Doch, mach, stirb nicht mehr! Schneller da vorne, ey! Hinterher Drill! Oh Gott! Was war das denn für'n Hook, der ging erst gegen Vita? Oh, da wird es auch noch nach vorne geboostet, ey! Ey, der Hook, der ging vorhin erst gegen Vita und dann dachte der sich, komm, nehmen wir doch das Huhn! Jetzt mach doch du ein, oh, du verdammtes! Mann, ey! Das sind hier die Vitina-Charaktere, ey! Ja! Der Winner, ey! Mann, wir müssen echt irgendwas anderes spielen! Ich glaub auch, ey! Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht! Die Map war nicht schlecht, würd' ich sagen! Mikado oder so! Industrial Run 2! Die kommt jetzt gleich dazu! Hoffe ich! Achso, vielleicht sowas wie... Wie, äh... Weiß ich auch nicht! Da geben sie auf, reden immer alte Spiele! Mikado oder so könnt ihr ja... Ja, wie ja gesagt! Beampen-Mikado! Wie heißt es Mikado? Wie Mikado ist das mit... Wie Mikado ist das mit... Was ist das mit dem Turm nochmal? Äh, Twingo! Jenga! Jenga, ja das ist sowas für euch! Jenga war ja geil! Also da wär ich grad dabei! Wie dauert der Scheiß denn hier so lang? Wir hatten ja noch nicht ausgewählt! Wir wollten ein paar mal nicht X drücken, ey! Stark! Auf einmal startet's direkt! Die Mondraste hat das gebaut hier! Oh, erstmal laufen! Oh, das ist ja gemein! Guck mal wie ich weiterkugel, äh, wie Ronaldo, ey! Wie Ronaldo? Ja, wenn Ronaldo gefoult wäre, hast du noch nie gesehen, wie der sich dann immer rumkugelt! Oh, komm, beweg dich, du verdammtes Einholen! Du willst doch raus, ey! Du willst doch raus, ey! Oh, was?! Oh! Nein! Hey, wie soll man das denn schaffen? Äh, ich bin hier im Loop! Oh Gott, Alter! Was ist das denn hier? Lass uns nach vorne schießen, oder was? Was ist das denn für ne Kacke? Nein! Der Schwarze gewinnt, glaub ich! Da, du kannst laufen wieder! Nein! Ich kann nicht! Äh! Ich kann nicht laufen, das sieht nur so aus! Doch, irgendeiner springt immer geschickt! Ja! Doch, Marv! Jetzt Marv! Lauf! Tschüss, ihr Noobs! Was ist das denn für ne Kacke, ey! Oh, wein doch, ey! Hab ich doch grad! Lass doch nicht hoch! Mach ich auch nicht! Oh, nein! Oh, nicht schon wieder! Oh, nein! Alle tot! Ja, warte! Nein! Ich bin raus! Ja, wieder spammt da rum, ey! Ja, ich hab doch mal gesagt, irgendwie alle Knöpfe drücken oder so! Tschüss! Nein! Ey, das ist jetzt gewartet! Nein, wie komm ich hier raus? Ey, wie komm ich hier raus? Ich bin mit Randoms hier irgendwie! Hört auf! Tormure, Pandolan und Fraktal aus Frankreich! Ich will nicht mit euch spielen! Ich muss uns wieder nachjoinen! Ja, ich weiß nicht, wie das hier geht! Alter, ist das ein Scheiß hier! Oh, shit! Das, ne, alle Freunde! Da, Marv! 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 Spielbeitreten! Kann ich nicht! Kann ich nachjoinen! Womit hat der jetzt? Mit welcher Begründung? Was war das denn jetzt? Mimimi! Wir müssen warten, bis die Map zu Ende ist! Ach, so ein Shin! Oh, oh! Geh mal vor, Huhn! Solange die Map nicht kennen, ey! Oh! Da sind Stacheln! Überall! Das ganze Wochenende! Das ganze Wochenende! Chicken Runner! Was soll denn das, ey? Dankeschön! Voll durch die Wand gebackt, ey! Ah, da macht er den Taun! Easy Game für mich! Cheated er schon wieder! Ja, ja, da hat er getauntet, ey! Ja, aber ey, klar! Oh, den Hook! Der Hook ist Gold wert auf dieser Map! Ja, find ich auch! Oh nein! Was? Nein, Grandstorm! Da hab ich ihn gehuckt und er stirbt, ey! Jetzt kommt Marv gleich wieder, der Captain der Laser! Nee, nee! Ich werd mich einfach nicht lasern! Oh! Eine Blutgrätsche in der Luft hier! Oh nein! Komm, stirbt doch, Marv! Oh! Captain Obvious! Captain Marvus, ey! Oh, Marv ist tot! No! Trotz Gedrille, ey! Oh nein! Das ist diese Kacke hier! Oh! Da hat er Glück gehabt, ey! Glück gehabt, ey! Wer gedodged ist wie so'n Meister! Oh nein! Da hat er Glück gehabt! Nee, genau! Huft wie der Meister, ey! Oh! Oh! Komm, Mann! Ja, oh! Das Huhn! Das Huhn! Das war so'n Aufgang! Ist mein Spiel ausgegangen? Ausgegangen hier, ey! Es ist wirklich ausgegangen! Bei mir ging's einfach weiter! Ich spiel jetzt allein mit Marv! Ja, komm! Marv, der Schuhlaut hier, ey! Mal gucken, wer wär der Deutsche Meister?